Willkommen zurück zu Let's Play Bully! Wo waren wir stehen geblieben? Ich hab es vergessen, es ist zu lange her. Äh, das ist diese Nerd-Bude. Und wir können ins Bett. Was haben wir denn für Aufgaben? Greaser-Herausforderung, Lolas Rennen. Äh, ich würde mal sagen, wir pennen erst. Ja doch, wir pennen erst. Oder liegt ein Gummiband? Da liegt ein Gummiband, ich hab es gesehen. Ja, was machen wir denn? Ich weiß jetzt auch nicht, was für Unterricht das nächste kommen kann. So, 13 Gummibänder haben wir. Umziehen, nö, wir bleiben mal in diesem typischen. Alles nehmen, was geht. Nein. Da geht's raus. Ja, ähm, hm, was machen wir, was machen wir? Am besten jetzt erst mal zur Schule fahren. Wo ist hier die, äh... Da vorne ist Busfahrstelle. Busfahrstelle. Ich bin gerade echt ein bisschen... Ein bisschen verwirrt, was machen wir dann? Ja, jetzt machen wir jetzt erst mal nur... ...die Fächer wieder. Ja, und dann, und dann, und dann. Was könnten denn für Fächer als nächstes kommen? Erdkunde... Oh, ne, bloß kein Erdkunde, bloß kein Mathe. Irgendwie bitte Arbeitslehre oder so. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass jetzt, äh... ...dings kommt, dass, äh... ...wie heißt das... ...dass Erdkunde kommt. So. Dann warten wir jetzt mal bis 9 Uhr. Und hoffen das Beste. Oh, ist kalt, Jimmy. Es ist... Es ist Erdkunde. Wir gehen jetzt mal kurz da hin. Oder wartet mal, wo ist das? Erdkunde-Unterricht. Wir speichern erst mal. Ich werde jetzt nämlich noch mal einmal kurz einen Schnitt machen. Oh, du kennst den Drill, Leute. Und wir sehen uns dann sofort wieder. Bis gleich. So, weiter geht's. Es ruckelt kurz zu Beginn. Ja, jetzt geht's wieder. Hallo, beruhig dich. Das Spiel ist gerade kurz ein bisschen abgeschmiert. Tut es auch immer noch. Egal. Dann gucken wir mal, ob wir Glück haben in der Erdkunde-Stunde. Ja, ist in Ordnung, Kollege. Jetzt kommt wir dieses ekelhafte Flaggen zuordnen. Das hatten wir doch... Nee. Kalifornien hatten wir schon. Ja, dann war es Florida. Alter! Das wird wieder nichts. Ich sehe es kommen. Nee, Arizona nicht. Auch... Kalifornien ist doch hier, oder nicht? Oder ist Kalifornien hier unten? Ja, wir verkacken das wieder. Oh, Arizona. Minnesota war... Nein. Ja, sauber. Ich kenne mich so gut aus in Amerika. Ja, komm, jetzt verkacken wir es mir jetzt richtig. Oh. Oh. Montana. Bis hier. Natürlich nicht. Florida. Kansas. Kentucky. 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 Sauber. North Carolina ist hier. Nein, das war North Dakota. Kansas. Try again. Verloren! Is that map upside down? Ja, ja. Wir laden nochmal neu. So. Nochmal wieder von vorn. Dr. Krabelsnitch ist busy. Weil wir es halt können. So. Dann, äh, ja. Sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, und ein letztes Mal. Willkommen zurück. Nach dem, äh, Verkacken der... Ja, ruckelt nochmal wieder am Anfang. Ja, ist ja in Ordnung. Das Spiel ruckelt gerne, nachdem ich es mal minimiert hatte. So wie jetzt gerade wieder. So, nachdem ich mir jetzt, äh, ein bisschen kurz, äh, gerade Hilfe geholt habe. Ich hab mir nämlich jetzt hier was Schönes mal zurechtgelegt. Ja, ja, ist in Ordnung, Kollege. Dich krieg ich auch noch. So. So. Alter. Das dürfte hier unten sein. Haha. Ich bin ein ganz gewichster Säter, ne? Haha. Montana ist da oben. Wenn eine Stunde mich zweimal hintereinander so nutzt wie diese hier, dann... Freunde, dann werde ich zur Sau. Ey, Alter, was soll das? Dann kommt's in der Mitte. Also jetzt bin ich gerade aber... Das kommt hier hin. South Dakota. Das hätte ich sogar so gewusst. Das ist Texas. Hast du das, wo das weiß ich auch? So, das ist Florida. Florida ist... Hier unten. Kalifornien ist links. Arizona... Hier unten. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dieses dürfte hier. Okay. Kentucky hier. Nein. Dann ist Kentucky... Hier oben. Nee. Alter, nein. Michigan auch nicht. Ach, New York. Jau, jau, jau. Ähm, ähm, ähm. Alter, nein. Töne wieder. Töne wieder. Töne wieder. Töne wieder. Töne wieder. Bestanden. Oh, das zuletzt war gerade ein bisschen, da hab ich mich... Da war das war gerade ein bisschen Probiersache. Oh, ja. Rennkluft freigeschaltet, yo. Das hat's jetzt auch gebracht. Das hat's richtig gebracht, so. Können wir das Handy wieder weglegen, womit ich gerade ganz peinlich den Bildschirm fotografiert habe? Aber hat ja keiner gesehen. So. Oh, ne, Erdkunde, damit haben sie mich aber auch. Ich schätze mal, Mathe werden sie mich nachher auch wieder mitkriegen. Das darf dürfte dann nämlich jetzt als nächstes kommen. Oh, komm. Bleiben wir sofort hier drinnen. Und speichern erst mal. Haha, das war... Das war mal gut, wa? Jetzt hab ich auch leider keine Stoppuhr mehr, weil ich mein Handy andersweitig gebraucht habe. Ich muss mir hier echt mal einen Drucker zulegen. Können ich solche Karten einfach mal ausdrucken und müssen nicht billig fotografieren? Ich hoffe, ihr hört mich. Ich fand die letzten Parts waren ein bisschen leise. Oh, mein Hals. Wenn ich das A nicht bekomme, dann wird meine Mutter einfach verabschiedet. So. Wir warten noch ein bisschen. Wir können ja auch mal wieder hier mit der Kamera rumhantieren. Das ist ein ziemlich verabschiedet. Nein. Ach, du bist auch alt. Mit Sicherheit, ne? Ne, das ist diese andere grinsende Peter. Ey, dich hab ich noch nicht. Hey! Doch, irgendwie ja schon. Ja. Ah, die hab ich auch. Dich hab ich doch auch mit Sicherheit schon, ne? Alter. Nein, ich will euch nicht helfen. Die sehen dann auch schon. Warum haben wir die alle schon fotografiert? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Wer ist das? Keiner will sich fotografieren lassen. Wie Respekt-Person alarmiert. Ich hab gar nichts gemacht. Wie ist es hier? Alle werden die Schüler anschnauzen. Egal, jetzt müsste Mathe kommen. Jetzt geht's wieder ans logische Denken. Oh Mann, ich könnte kotzen. Aber erstmal gehen wir Penn... Äh, was heißt Penn? Wir speichern erstmal. Für den Notfall. Wir machen die jetzt so lange, bis wir sie schaffen. Hier jetzt auch vollkommen ohne Hilfe. Weil bei Mathe, da muss man einfach nur schnell denken. Das müsste ich ja eigentlich mal noch hinkriegen. Hoffe ich mal. Mathe, zwei! Zerwoi! Das ist genug Chatter, Leute! Ich mag dich nicht, Hattrick. Du ärgerst gerne Alkis. Ich mag dich nicht. Äh, was ist am kleinsten? Äh... Was ist am schnellsten? Wie viele Dreiecke? Alter, nein! Nein! Das sind 18 minus... 13. Äh, was ist am höchsten? Das 100 gleich... Fuck, zwei gleich... 1... 9 minus... Das ist was am größten. Das, welche Zahl ist am höchsten? 771, ne? Ja, was ist am niedrigsten? Was ist am langsamsten? 1... 1 Viertel gleich... 0,25... 8 plus 2 gleich 10... Wie viele Dreiecke? 2... 144 gleich... Fuck, was ist am niedrigsten? Ähm, ähm... 55 gleich... 1 mal 55... 13 minus... 8... Wie viele Kreise? 6... Was ist am schnellsten? Fuck, es ist 0,75 vielleicht... 3 Viertel... 15 gleich... Nein... Nein, 3 mal 5... Geschafft, sauber! Bestanden! Ähm... Ist am größten das... So, war noch ein bisschen was geschafft... Ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe mehr als ein kleiner Preis... Schnell denken, aber... Ich will gar nicht wissen, was die Mühe in den nächsten Stunden mit für... Sachen kommen. I Heart Math T-Shirt, genau. Ich herz, äh... Mathe. Hm... So sieht's nämlich aus. Halt, das speichern wir auch erst mal wieder ab. Boah... So, haben wir das auch mal wieder geschafft. Was heißt mal wieder? Wir haben es geschafft. Alter, Kameraspacks. So. Haha. So, was haben wir denn jetzt alles für, ähm... Für Aufgaben. Zeitungsjunge Greaser-Herausforderung. Wollen wir mal gucken. Für Lolas, renn mal... Ja, du, du dreckiger... Oha, räudiges Etwas. Mann. Egal. Greaser-Herausforderung, oder machen wir bei Lola die Aufgabe? Bei Lola. Lola, der Scha... Ampe. Ich würde mal sagen... Greaser... Komm, versuchen wir mal die Greaser-Herausforderung. Greaser-Herausforderung ist ganz am Ende. Lolas retten aber ebenfalls. Falsch. Haha. So. Ich bin falsch. Richtig falsch, oder? Ne, ich laufe genau in die richtige Richtung, glaube ich. Doch, Ruisa-Herausforderung müsste hier in der Nähe sein. Na, doch falsch. Hä? Ich dachte gerade, irgendwie die Greaser-Herausforderung wurde verlegt. Ey, das ist doch hier vorne. Ich bin ja mal gespannt. Start Greaser-Herausforderung. Mal gucken, was sie da jetzt für uns haben. Das ist so. Es ist niemals alles gut auf TV. Was? War-Footage und Natur-Daisastungen machen das nicht für dich? Ein schönes Ort, das ihr euch gefunden habt. Bis zum nächsten Mal.